Schau jetzt. Du bist stressig. Ich habe ja Angst vor Hühnen, nicht wahr? Nein, jetzt nicht mehr. Das sind die grossen zwei. Das sind die grossen. Schau, das sind die kleinen. Schau mal da, das sind die kleinen. Schau mal, wie schön das ist. Cool, Tiggerhühner sind das. Tiggerhühner. Das ist schmutzig-weiss. Eine ganz seltene Farbe. Schau mal. Schön, oder? So, wie sollst du hier hören? Das ist schmutzig-weiss. Schön, oder? Dann haben wir noch das hier. Das ist blau gesäumt, sagt man dem. So, lebt die. Du auch noch. Coole Hühner, nicht wahr? Müsst man sie nicht im Häuschen rauslassen? Nein, nein. Das ist schon gut. Ich habe noch eine Kamera. Hallo. Wie wollen wir es dir täuschen? Das können wir dann noch überlegen. Der hat einen Schnabel wie einen, wie einen Adler. Ja, aber die wären nicht so gross. So, du bist der Letzte. Schön, Herr Rudi. Hallo. Komm zusammen. So, jetzt noch ihr zuhause. So schön, oder? So. Können Sie ein bisschen mehr hochgekommen, oder die Stängel? Ja, am Anfang wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ich kann auch alles neu. Also dort, wo Sie waren, hatten Sie keine Stängel? Nicht? Ja. Also auf jeden Fall.